nicht erwartet und ich befürchte, dass auch ein sehr demokratischer und sehr netter russischer Präsident das nicht freundlich verstehen kann. Das denke ich auch und ich glaube auch, dass viele, die darüber resoniert und geschrieben und berichtet haben, dieses EU-Assoziierungsabkommen, dass denen das mit der militärischen Zusammenarbeit schlichtweg durchgegangen ist. Sonst hätte man ja wenigstens mal nachfragen müssen, was hat das darin zu suchen. Das ist genau der Punkt. Und wenn man, jetzt egal, als Politiker sowieso, aber auch als Journalist, wenn man sich geostrategische Bedeutung von Ländern anschaut und wenn man guckt, wo die Ukraine liegt und wenn man guckt, wo die russische Schwarzmeerflotte liegt, nämlich auf der Krim in der Ukraine, dann, also ich weiß nicht, wie blockiert man dann im Kopf sein muss, dass einem nicht einfällt, dass man dann Moskau mit einzubeziehen hat, wie kriegen wir das so hin, dass alle unsere Interessen so gut es geht berücksichtigt werden. Statt zu glauben, wir haben so viel schon Moskau zugemutet, Klammer auf, NATO-Osterweiterung etc. etc. Klammer zu, da kommt es jetzt darauf auch nicht an, jetzt ziehen wir nochmal eben schnell die Ukraine zu uns rüber. Das ist sehr, sehr kurzsichtig gewesen, um es diplomatisch auszudrücken. Noch eine telefonische Frage, bitte. Was bezweckt Ministerpräsident Putin eigentlich mit so ungewöhnlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Unterstützung einer Rocker-Gruppe bei ihrer in Anführungszeichen Friedensfahrt, in Anführungszeichen oben, von was will er ablenken? Ach, also wovon will er ablenken? Also ich denke, wir sollten diese Dinge auch gar nicht so hochhängen. Was mich persönlich irritiert, ich habe es selber nicht gecheckt, aber vielleicht weiß es der eine oder andere ja definitiv. Was mich persönlich irritiert, wenn es stimmt, diese Rocker-Gruppe, die ist auch im vergangenen Jahr da durchgefahren und hat ihre Sternfahrt oder wie man das nennen soll, gemacht. Da hat sich kein Mensch drum geschert und die Medienaufmerksamkeit war null. Und jetzt auf einmal schießen wir das Ding so hoch. Ich würde das wahrscheinlich eher auch lieber ignorieren. Gut, warum Putin sich mit denen ablichten lässt und mit denen so eine Art Solidarität zelebriert. Männerfreundschaft, ja. Da kann man einen Großteil davon tatsächlich damit erklären, dass es sich eben in Russland abspielt, wo Dinge in dieser Richtung eine andere Bedeutung haben als bei uns. Worauf ich ja immer versuche auch hinzuweisen, sind dieses Wahrnehmen mit zweierlei Maß. Ungefähr in die gleiche Kategorie fällt ja auch, wenn man sich darüber aufregt, dass sich Putin im freien Oberkörper ablichten lässt oder auf Tigerjagd etc. Wenn Bush Junior damals sich als Cowboy zelebriert hat mit fast den identischen Bildern, dann haben wir gesagt, naja Gott, die Amerikaner sind halt so. Und die Russen brauchen das halt vielleicht mehr, als man es in Deutschland braucht. Ich würde das nicht so hoch hängen, wirklich nicht. Das ist wirklich interessant, dass gerade die amerikanischen Präsidenten und der russische Präsident so fürchterlich viele Gemeinsamkeiten haben. Also weil Sie gerade Bush erwähnt haben. Das hat mich auch, ist mir auch sofort aufgefallen. Wobei man bei Putin jetzt dazu sagen muss, dass er meiner persönlichen Meinung nach ganz bestimmt kein lupenreiner Demokrat ist. Nein, nein. Auf keinen Fall. Aber wir arbeiten ja mit vielen anderen Leuten zusammen, die auch keine lupenreinen Demokraten sind. Und ich persönlich glaube, dass die türkische Regierung für die Sicherheit Deutschlands viel gefährlicher ist als die russische. Das ist ja genau der Punkt, dass das fehlt mir auch, dass man bestimmte Strukturen, dass man bestimmte Äußerungen, dass man bestimmte politische Handlungen, dass man die nicht danach beurteilt, was sie sind, also sachlich, sondern dass man erst mal guckt, oh, wo findet das statt? Hm, in Moskau, naja, da sitzt einer, der war im KGB etc. 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 In der Türkei, naja, die könnten wir ja brauchen oder die sind ja auch bei uns und die sind in der NATO etc., dass Interessen eben damit wieder eine ganz andere Rolle spielen. Warum traut man sich nicht, bestimmte Dinge zu kritisieren, ohne Blick darauf, wo es sich abspielt und ob das für uns schlecht oder gut ist? Jedenfalls als Journalist, finde ich, muss man das machen und dann können sich alle, die das dann hören, ihre eigene Meinung daraus ziehen. Guten Morgen, meine Frage mag etwas seltsam klingen, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Ist es nicht so, dass Putin nie damit klarkam, dass das Sowjetreich auseinandergefallen ist? Das ist gar nicht merkwürdig, sondern das ist ja, also was Sie da fragen, er hat ja irgendwann mal gesagt, die größte Katastrophe im 20. Jahrhundert war der Zerfall der Sowjetunion, so ähnlich, so hat er das ja gesagt und in westlichen Köpfen spielt sich dann das alles nur, sagen wir mal, unter einer imperialen Kategorie ab. Also die Sowjetunion, das Weltreich ist weg und damit kommen die nicht klar. Das ist sicher auch so, aber diese Aussage Putins hat noch einen anderen Zusammenhang und den möchte ich gerne da anfügen. In der Zeit, wo die Sowjetunion zerfallen ist, ist für die Menschen dort, ich habe das am Anfang versucht zu skizzieren, auf allen möglichen Feldern, alles aus dem Ruder gelaufen, völlig unübersichtlich und chaotisch geworden und in der Folge ist ihnen die Währung kaputt gegangen. Die Leute haben ihre Ersparnisse verloren. Es ist sehr, sehr viel, hat sich so entwickelt, dass man sagt, mein Gott, ich sehne mich nach ruhigen Zeiten zurück, was nichts mit dem Anspruch der Sowjetunion zu tun hat, sondern einfach mit den Zeiten, wo Menschen etwas grusamer, nicht doll, aber im Vergleich zu dem, was dann kam, etwas grusamer leben konnten. Das ist für meine Begriffe eine etwas andere Kategorie. Und um das abschließend noch, damit das nicht untergeht. Wenn Putin von einer Eurasischen Union spricht, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit dem Wiedererstellen einer Sowjetunion, wie auch immer geartet, zu tun, sondern wenn man sich die einzelnen Dinge wirklich mal anschaut, dann ist das etwas sozusagen gespiegelt, so etwas wie die EU. Wir haben das ja auch nicht auf Knopfdruck realisiert, das hat sich ja auch entwickelt. Und warum darf man dann, weil es sich eben in Moskau abspielt, diese Überlegungen, warum darf man die nicht so begucken, betrachten, bewerten, wie sie ursprünglich auch gemeint sind, dass man in diesem Bereich alles dafür tut, dass die Menschen, die da leben, wirtschaftlich besser klarkommen, als sie bisher klargekommen sind. Ich habe mir vorgenommen, dass ich in dieser Sendung immer wieder auf das Historische verweise, weil ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist zum Verstehen der gegenwärtigen Krise. Wir dürfen immer nicht vergessen, da gab es mal einen Herrn Gorbatschow. Der war hier in Deutschland so beliebt wie fast kein deutscher Politiker und dem verdanken wir auch nicht zuletzt die deutsche Wiedervereinigung. Und dann gab es vor Putin noch einen Herrn Jelzin und der war auch nicht so der lupenreine Demokrat und die Lichtgestalt. Nein, weiß Gott nicht. Also dazu lupenreiner Demokrat und offensichtlich muss man das zwischendurch immer mal sagen, ich bin weit entfernt davon, alle Handlungen Putins, vor allen Dingen auch innenpolitisch, in irgendeiner Form rechtfertigen zu wollen. Ich will in dem Zusammenhang nochmal sagen, Verstehen heißt einfach nur begreifen und auf der Grundlage versuchen, die Dinge so einzuordnen, dass man sie eben verstehen kann, dass man vernünftig handelt. Verstehen hat nichts damit zu tun, dass man Verständnis für irgendetwas aufbringt. So, Gorbatschow, Hoffnungsträger für uns natürlich auch, also der Begriff Gorbimani kommt ja nicht von ungefähr. Er hat uns sehr, sehr viel gebracht. Er hat, das muss man auch sehen, den Menschen in der Sowjetunion, Russland, insofern eine Menge genommen, weil ja plötzlich alles weg war, auch an was sie geglaubt haben, ideologisch, historisch, was weiß ich. So, und dann kam Jelzin. Und Jelzin ist für meine Begriffe im Westen immer überschätzt worden. Jelzin war mit Sicherheit kein lupenreiner Demokrat. Jelzin hatte seine eigenen Qualitäten, aber er hat das Land, ich kann das nicht freundlicher ausdrücken, er hat das Land in Grund und Boden gewirtschaftet. Die Staatlichkeit war nicht mehr vorhanden. Das Einzige, worauf man sich verlassen konnte, waren wirklich kriminelle, mafiotische Strukturen. Die haben dann die Sicherheitsleistungen übernommen, etc., etc. Und Jelzin war ja auch derjenige, der der Geburtshelfer, der Oligarchen war. Aber genau deswegen war er ja im Westen vielleicht so beliebt, weil er das Land ausverkauft hat. Ja, das ist wohl so. Jelzin war sehr, sehr bequem. Jelzin war sehr, sehr bequem für den Westen. Und ich habe mich auch intensiv mal damit beschäftigt, was alles aus Russland sozusagen rausgegangen ist, in einer Art und Weise, dass Menschen auch sehr enttäuscht waren, so nach dem Motto, wir wollten doch mit euch zusammenarbeiten und es sollte doch so sein, dass beide Seiten was davon haben und nicht, dass wir unsere Patente verschleudern, weil uns das Wasser bis zum Hals steht oder weil wir halt eben so am kürzeren Hebel setzen, dass wir auf alles eingehen müssen. Auch diese, das finde ich so traurig und fatal, so unnötig auch, die Bereitschaft in Moskau auf den Westen zuzugehen, seit Gorbatschow in der Phase, dazugehören zu wollen, zu reformieren, sodass die Schwarte kracht, ja, also wirklich schmerzhaft. Das hätte man im besten Sinne des Wortes ausnutzen sollen, statt vom IWF, Weltbank, was immer es da gab, Bedingungen zu stellen, ganz dramatische Bedingungen zu stellen, die Lehrbüchern entsprachen, aber nicht russischer beziehungsweise sowjetischer Realität und daran dann zu knüpfen, zu helfen, Anschubinvestitionen zu leisten und, und, und. Und auch da kommt man wieder auf Verstehen. Hätte man verstanden, wie zu dem Zeit die Gesellschaft und die Wirtschaft funktioniert, wäre es vielleicht besser gewesen, sich nicht nur auf Leersätze zu verlassen, sondern einfach mal zu gucken, was muss man machen, welche Stellschrauben muss man drehen, damit in dem System etwas für die Menschen Besseres zu erreichen ist. Hat sich Europa, wenn Boykott russischer Ware nicht irgendwo auch in eine Sackgasse hinein manövriert? Irgendwo ist man ja auch auf Russland gewissermaßen angewiesen und wie sieht Frau Grönschmalz die in den Medien so bezeichnete Annexion der Krim? Also was die Sanktionen betrifft, nicht nur irgendwie in einer Sackgasse, wir stecken da komplett in einer Sackgasse, weil, und eine Kategorie ist ja leider Gottes eben auch so etwas wie Gesichtsverlust, weil unter dem Stichwort Gesichtsverlust, wie soll man denn da rauskommen? Derjenige, der jetzt da anfangen muss, um rauszukommen, muss ja wenigstens sowas ähnliches sagen wie, oh, in der Richtung habe ich was falsch gemacht. Also mit den Sanktionen haben wir uns komplett in eine Sackgasse manövriert. In dem Zusammenhang vielleicht nicht uninteressant, es gibt eine Rede nachzulesen, auch nachzusehen, des amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden, der Ende vergangenen Jahres relativ launig erzählt hat, dass die Amerikaner ja die EU quasi zu den Sanktionen drängen mussten, weil die EU das eigentlich nicht wollte. Denn Sanktionen, die die EU verhängt hat, schaden Russland, aber schaden ganz massiv der EU. Und ich bin nicht sicher, welche Seite das länger durchhält. Was die Krim und die Annexion betrifft, das ist ja eine sehr komplizierte Geschichte. Und ich habe mir in dem Buch auch viel Zeit genommen, einfach die Chronologie und die Begrifflichkeiten auseinanderzunehmen. Ich versuche es jetzt mal so kurz es geht. Annexion, mit dem Begriff Annexion muss man deshalb so vorsichtig und so sorgsam umgehen, weil Annexion im Völkerrecht die internationale Völkergemeinschaft ermächtigt, militärisch einzugreifen, also auf gut Deutsch einen Krieg anzufangen. Deswegen ist der Begriff Annexion so gefährlich, wenn man ihn gebraucht. Die Vorgänge, und die habe ich nun wirklich also Punkt für Punkt aufgelistet, wann, was, warum, wie auf der Krim passiert ist. Die Vorgänge auf der Krim, die mag man politisch bewerten, wie man will, aber völkerrechtlich betrachtet eine Annexion war es nicht. Eine Annexion, eine klassische Annexion ist zum Beispiel als Irak in Kuwait einmarschiert ist. Das war eine klassische Annexion und wozu das geführt hat, wissen wir auch. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, was sich auf der Krim abgespielt hat, war eine Sezession, eine Abspaltung, auch noch unterstützt durch ein Referendum. Und es argumentieren ja viele oder viele Politiker und auch Kollegen von mir, sagen immer wieder, das Völkerrecht hat der Krim-Bevölkerung nicht das Recht gegeben zur Sezession. Dieser Satz stimmt. Aber es ist deshalb so infam, ihn so zu sagen, weil Sezession, Abspaltung ist überhaupt kein Gegenstand des Völkerrechts. Es kommt im Völkerrecht nicht vor. Das hat Gründe, die habe ich auch auseinandergenommen, das würde jetzt die Sendung sprengen. Kurz und gut, ich bin dafür, dass man ohne Schaum vor Mund solche Begriffe erklärt, definiert, einordnet, bevor man sie so benutzt. Und es ist ja auch ganz interessant, dass auch da wieder mindestens zweierlei Maß regiert, denn Sezessionen anderswo finden wir ja gar nicht so schlecht, in Jugoslawien zum Beispiel. Das ist es ja. Das habe ich auch in einem Kapitel wirklich lauter Beispiele, die genau darauf rauslaufen, je nachdem, wo sich geografisch in der Welt etwas abspielt, ist es gut oder schlecht oder naja, kann man nicht so genau, braucht man nicht so genau hinzuschauen. Je nachdem, wer etwas macht, da drückt man eben auch entweder beide Augen zu oder man fällt sofort drüber her. Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Beispielen und ich habe auch immer wieder erlebt, dass wenn Menschen, die das, naja, wie soll ich sagen, die da nicht so sehr sensibilisiert waren dafür, wenn man sie mit der Nase drauf stupst, dass es dann in der Tat zu Aha-Erlebnissen kommt. Ja, stimmt ja eigentlich.